Wie mutig ist Franken? Mit Unterstützung von Möbel Höfner in Fürth-Steinach. Wo Wohnen wenig kostet. Vier Kandidaten haben sich Floß Mutproben gestellt. Drehwurm über Franken. Mit Andreas aus Schweig. Spiel mit dem Feuer. Jessica aus Forchheim. Sprung ins Ungewisse. Mit Sarah aus Nürnberg-Zabo. Bring ein Baby zur Welt. Mit Carlo aus Nürnberg-Gostenhof. Die Zeit. Eine Minute noch. Ihr wählt jetzt den Mutigsten. Also votet für mich. Ich bin der Mutigste in ganz Franken. Bitte votet für mich. Das Auto wäre echt Hammer. Ich bin Sarah. Also votet für mich. Ich würde mich freuen, wenn ihr für mich votet unter hitradio-n1.de. Wie mutig ist Franken? Mit Unterstützung von Möbel Höfner in Fürth-Steinach. Wo Wohnen wenig kostet.